Herzlich Willkommen bei Maren Geltzer TV. The Hitman, die nächste Action-Kino-Premiere, die ich besuche. Ein Agentenfilm, Agent 47 heißt es. Also bin ich mal gespannt, was es heute wird. Kretschmann soll mitspielen, also auch mit deutscher Beteiligung. Und schicke Autos haben sie hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kretschmann vor dem Namen Kretschmann Kretschmann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020